Der Darth 10 Alex leckt, aber krass. Ja, ich weiß, wo der gerne noch umlecken würde. Das war wieder Highlight, geil, ey. Ah, geil. Stille. Ey, er ist nachgejoint, ey. Ja, aber eine Party ist zu voll. Ja, Party ist zu voll. Boah, alter, guck mal, der Commander, ich seh da einen riesen Arsch. Ja, ich zieh mich extra für dich hin, schau, was begleitet schon mal. Warte, ich kenne nicht mal. Boah, guck mal, die Bugter-Punkte gehören mir. Ja, bitte. Jawoll. Der Dwayne hat die gebraucht für seinen... Ja, für meinen Hüttenauftrag, ja. Ja, kann man das sagen. Hat wohl keiner gesagt. Ja, keiner gesagt. Das kriegt man schnell voll, das ist kein Problem. Boah, da kommt schon ein angejumpt hier mit seinem Impuls. Es können fast wieder hier All Rocky sein. Ja, ja. Komm, wir können ja mal Privatspiel machen, du. Ja, in 200 Jahren, wenn ich mal genauso gut bin. Wir können aber Privatspiel machen, äh, der One-on-One-Nahkampf. Ja. Nein, nein. Aber ohne Bugter. Ohne Bugter, okay. Oh, vielleicht. Oh ja, dann nicht. Ich hab den so auseinandergenommen in Darkseid. Was, wann? Ach, du hast gegen... Du hast gegen Julian schon eins gegen eins gemacht. Ja, mit dem Kumpel von ihm, ja. Da haben wir aber ganz knapp gewonnen. Ah, ja. Hat er drauf bestanden. Ach, Quatsch, laber doch nicht. Hast du Beweise? Mit Trazelwip, oder was? Mit Trazelwip, oder was? Ja, der ist geil. Mit Trazelwip, oder was? Ja, der ist geil. Der ist geil. Der ist richtig geil, aber Max ist einfach besser. Ich bin schon etwas besser, ne? Guck mal, hier gibt's ja auch Hellsemole, oder? Oh, der Hacker! Woll ich das... Wie das will mich verarschen? Fucking Hacker! Der Trazelwip ist ne coole Sau. Ne coole Socke. Ey, aber jetzt geht der Milch auf den Sack mit seinen Freundschaftsanfragen, ey. Na. Das meine ich, weißt du auch. Oha. Vielleicht denkst du, du bist auch ein YouTuber. Wer? Du. Er denkt, dass du auch einer bist. Also, ja. Weil du mit mir zockst und so, ja. Bist mein Berater, oder mein? Ja, ich bin der kommentierende, 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 kommentierende. Jeder kennt ihn. Boah, mit... 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 Mit eigenen... Mit eigenen... Mit eigenen... Mit eigenen Hater-Fan-Club. Aber die kommen von allen Seiten, alter Schwede. Ja. Fact of Fiction. Gibt es den Wirsten. Boah, alter, die Runde ist sehr lecker. Aber der Kai spielt auch nicht schlecht. Scheiße, aber der darf nicht vor mich stehen. Der hast denn gesagt, dass die Party zu voll ist? Ja, ne? Ja. Ja, als wir Silvester, die Party gemacht haben, da mit fünf, sechs Mann, das ist auch nichts verstanden. Na. Wer spielt denn noch an Silvester um 12 Uhr, bitte? Ja, alter, der hat Bock gemacht. Boah. Ich hab da auch mitgespielt. Mit dem wasser überhaupt. Boah. Ich, äh, mit, äh, mit, äh, hier Nervbacke, hier, wie heißt der nochmal? Nervbacke. Ja, genau. Ich treffe einfach gar nichts, wo ich genau in seine scheiß Fresse war, Mann. Das war lieb, Junge. Er wollte mich wegholen. Scheiße. Aber die haben nicht so viele Viwings, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sonst haben die meisten immer schon viele Viwings, ey. Aber nicht so viele einen. Ja. Normalerweise verliere ich immer als, äh, Dings die Map ja. Ja, wir sind ja, wir haben ja auch Kai, Rocky 300, äh, Sebastian, und, äh, ja, wir haben ja den YouTube-Bonus, dank dir. Ich brauch Bagda, heil schneller. Du hast den Wittesten vergessen, Junge. In aller Kraft ist in der Kraft. Absolut. Ja. Ich mach das mal. Tja, da hab ich dann schon mal von mir. Tja, aber den Gen'S ist das gefällt mir. Hehehe, intensiv. Ja, ja. Ja, weil ich hier, ich hier nehme, finde ich die, äh, ein Kiegel durch die Schaden. Na. Tja, eine Minute ist so viel Schaden. Tja, ich hab einen Glühstisch gesehen, der MQ-T in R. eine minute kaputt machen ja das kennt man ja ich hab doch mal gehört ja ja und wenn du das macht mit Lea und aber diese Sekundärfeuerwaffe okay dann kannst du die ganze Sekundärfeuer schießen das kannst du mit allen machen mit Bosch Prozent mit jedem einzelnen Held da habe ich bei ihr alles an der Nähe man wieder von hinten man ich hasse das Alter im 1 gegen 1 bei den Sauer von der Nähe das ist einfach so krass Explosivschuss ja wieso ich benutze Explosivschuss immer bei Helm gegen Schurken ja das bockt ja macht gut Schaden ich bin Dackel doch nicht ich hab nichts weggeboxt Schaden oh Alter geile Runde jetzt ist der Kai auch schon so weit hinter mir das will keine Sorgen ja aber da kann man da ist noch ein heftig geiler Typ hier was ist denn das jetzt wieder das Kanonenboot schon wieder oder was man schweißen boah Alter du hast andere Leute was so wirklich du hast den Kai auch gleich was für gleich Junge ist doch wahr ich bin so gut wie er mit dieser Konkurrenzkampf hier ist immer auch man kann man mit dem Staub ich raste so kann man nicht einfach mal aus Spaß spielen nein es muss immer Konkurrenz sein aber die sind und Rocky und mir ist meine ich die sind alles mir egal oh hier sind zu viele Leute also ich und Julian das ist schon wichtig ich muss mich ordentlich einspielen hier oh hier war ich mal Bad Boss genau das war oh nein Quenic ist tot hier ist so viel Gas ey alles mit Baffern gefühlt ist auch ganz schön gut gefühlt so lange es geht schon oh es geht momentan ach wieder Assist man scheiße oha ich habe keine 10 Akademie mehr oh man da kommen schon wieder drei Leute auf mich zu ich fass es nicht was spiel denn die ganze Zeit mit Dioxys rein ja das frage ich mich auch ich denke mal der hat irgendwie so einen Huttenauftrag oder so wahrscheinlich was jetzt schon wieder hast du ein Händensymbol gesehen oh Gott nein aber jetzt ist der Darth Alex im Gegner-Team ja ich hab den nur nicht einmal gekillt der hat mich vorhin einmal getötet ich hasse mich so hässlich was hab ich gemacht Junge du hast mich geblockt dass erstens der Typ nicht kaputt geboxt hat und zweitens dass du mir den Kill abgestoppt hast ist doch cool boah das ist der Darth ah der spielt hey wer spielt Blendgranate da jockse ist ekliger geht's nicht doch schock dran ah ich hab dachten Alex hast du getötet wir sind alle da hinten auf der anderen Seite ey da ist einer am Schiff hinten aufpassen ok das wurde am besten oh man ist aber auch cool ne der Kaiser kommt nicht mehr und dann ist der Darkside der feilme Typ da und dann ich krieg nur Assists hier wieder hin ich werde von der Intermarsch wieder weg gewischt die Runde ist ey das ist ne geile Runde wir haben die voll unter Kontrolle iiiiih warum muss das sein easy scheiße diese Waffe die rungen jetzt zum zweiten Mal One Shot weg man da ist mir irgend so ein Teammate im Weg wer war denn das jetzt schon wieder man ja ich hab dich glaub ich zu zehnten Mal heute blockiert ach du warst es wieder gewesen man kennt ihn ja der Blockierer vom Dienst hier dein Kreuz ist einfach zu breit für meine Knarre ja ja kommt nix durch ja ich bin Windrabi ich bin hinter alles ey mann boah ey diese Blendgranate ja boah Jungen du musst gar nicht drehen ich will die ganze Zeit von ihm zu einer Scheiße weg boah da ist kein Alex hat mich weggeboxt ich hasse den ja der wollte mich auf keinen Fall der wollte mich erstächen maaaann ey ich hatte grad ne richtig geile Runde ey mann hab bestimmt 10 Kills gemacht am Stück ey mann du hast ne süße KD muss man ja sagen naja süß haha ja mir wird hier alles weggestaubt ja ja der Rocky den müssen wir mal bannen oder so haha Klaus Hand ist weg haha immer die selbe Waffe ich hatte ne richtig geile Position von der Seite gehabt man da kommt einer mit ner Raketenwerfer und versorgt mir alles ich will immer von diesem einen Typen mit dieser scheiß Krennic Waffe gewonnen schaute das kostet mich jetzt so an ja man kann nichts dagegen tun das ist das dritte Mal in Folge oder was ja der muss sich dann nur so jetzt nicht passen nein ich bin gestorben weil ich zu weit weg war kein geiler kill wird nein was was warum wechselt der die Waffe alter und wieder nen Kill geklaut meine Fresse der darf denn Alex leckt aber krass mhm ja ich weiß wo der gerne noch umlecken würde aber mhm das war wieder Highlight geil ey haha ah geil ja mhm Stille hier ist einer im Gebüsch guck dir dieses Miststück an alter mit seinem scheiß Bow-Wifel krass man du standst neben mir ja ja ich hab den anderen erstmal abgeknallt ey das ist jeder darf denn Alex ich bin von allen überholt ich bin von allen überholt komm 50 Kills ist da äh ist da ja alter sehr lecker sehr rum ein Kill ist noch da oder oh wir sind mir alle die Kills kommen das ist Kanonenboot man ja ich bin mir auf der Tagseite fahrtsalzig naja richtig ich finde der Kanonen Kanonenboot ist heftiger wie wenn du im ATA sitzt ja und wenn sie wie einen die Kills klauen wieder hier ja nice Arschlecken ey ach reicht mir jawoll geil Julian äh wer hat dich da überholt ich hab ich kenn den nicht Kai vor allem wer nennt sich denn Daddy ey der Kai ist das weiß ich nicht der Daddy sein Schwanz jo der hat einen großen Schwanz ja ein Pferdeschwanz vielleicht ja genau aber auf den Kopf ich komme in ein paar Sekunden wieder ja alles klar oh man ey mhm ah das war eine geile Runde von den Sprüchen ja musst du eigentlich hochladen naja die kann ich auch hochladen ah scheiße ich soll von meinem Stuhl Junge scheiße oha ich bin von meinem Stuhl gefallen vom Stuhl gefallen wie der dicke Junge mit Bestauf oder was nein ich hab so ne Banane hier ja also nicht mein Schwanz sondern das andere nein ich hab hier so ne Banane kann ich so schön aufsitzen tja liebe Freunde das war's dann auch leider schon mit der Folge wenn du neu auf meinem Kanal bist dann kannst du mich gerne links abonnieren rechts findest du die aktuelle Playliste und darunter halt was du dir vielleicht sonst noch angucken kannst ansonsten bis bald und Peace